Standards weisen den Weg zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsstandards legen gute soziale und umweltverträgliche Praktiken fest. Sie helfen uns, verantwortungsvoller zu handeln. Sie bieten Hilfestellungen für nachhaltigeres Wirtschaften. Und ihre Siegel signalisieren Käufern, welche Produkte sich von konventionellen Produkten abheben. Aber woher weiß man, welche Vorgaben von einem Standard gemacht werden? Folgendes sollten Sie wissen. Standards befassen sich mit unterschiedlichen Sektoren und verschiedenen sozialen und ökologischen Herausforderungen. Ein Standard für nachhaltige Teeproduktion zum Beispiel unterscheidet sich natürlich von einem Standard für nachhaltige Fischerei. Achten Sie auf Standards, die sich auf die relevantesten Nachhaltigkeitsaspekte konzentrieren. Glaubwürdige Standards verfügen außerdem über klar definierte Ziele, auf die sich alle Interessengruppen geeinigt haben. Bei manchen Standards geht es um den Erhalt der Artenvielfalt. Bei anderen um Arbeitsbedingungen oder fairen Handel. Das Nachhaltigkeitsniveau einzelner Produzenten und Unternehmen kann mitunter sehr unterschiedlich sein. Daher gibt es Standards, die am unteren Spektrum ansetzen und solche, die sehr hohe Anforderungen haben. Basisstandards vermeiden die schlechtesten Praktiken und helfen Unternehmen bei ihren ersten Schritten in Richtung Nachhaltigkeit. Andere Standards erkennen nur besonders vorbildliche Praktiken an. Darüber hinaus definieren Standards unterschiedliche Arten der Anforderungen. Manche Standards konzentrieren sich auf konkrete Aufgaben, andere auf die gewünschten Ergebnisse. Wieder andere stellen sicher, dass gute Management-Systeme vorhanden sind. Standards können positive Veränderungen unterstützen. In manchen Sektoren ist bereits mehr als 10% der Produktion zertifiziert. Und das ist noch steigerungsfähig. Nicht alle Standards sind gleich. Es ist daher wichtig zu wissen, was sich hinter einem Label verbirgt. Achten Sie also auf Standards, die sich mit Nachhaltigkeits-Hotspots befassen. Die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Normen basieren. Die eindeutig bewertet werden können und deren Inhalte zugänglich und verständlich sind. Achten Sie auf Standards, die wichtige Glaubwürdigkeitskriterien widerspiegeln. Wie zum Beispiel Relevanz, Stringenz, Genauigkeit, Transparenz. Ein Beispiel für solche Kriterien bieten Ihnen die ICL-Glaubwürdigkeitsprinzipien.